Hallo und willkommen zur 49. Folge von Kingdom Hearts Breath by Sleep. Letzte Folge sind wir hier im Nimmerland angekommen und schauen uns mal die Sequenz an. Ja, natürlich war ich. Du bist zu weit, Peter Pan. Ich werde jetzt nehmen, was ich jetzt ist. Es ist Hook. Es ist mir? Sicher, mein treasured. Aye, Aye, Captain. Was ist es jetzt? Captain, es ist der treasured. Es ist... Spann es jetzt, du Idiot. Fisch heiße! Es ist alles Schmuck! Was bedeutet, Schmuck? Es sind unsere treasured, Hook. Aber was hast du mit meinem treasured? Oh, wir haben alles verloren. Was? Es hat mich überrascht, für die letzte Mal! Hm? Was ist das? Das Geräusche? Was ist das? Oh, Captain Hooker. Was ist das? Was ist das? Oh, das ist das. Was ist das hier? Ich denke, es ist ein spezielles Schmuck oder so. Aber nicht über ihn. Er hat gesagt, dass es gut sein würde, ohne ihn. Und dann hat er gesagt, dass wir uns wieder mit even besseren Schmuck. Vielleicht genug für 100 Schmuck. Dann? Er war hier. Und jemand anderes. Was ist das? Es ist nichts. Bestes, dass du hier bleibst. Doppelsprung halten. Oh, wir können Doppelsprung machen. Das ist fucking cool. Kann ich nicht. Also muss ich wahrscheinlich erst reinmachen. So, ich habe eine gute Zeit, mit den Kittten zu spüren. Ah, fucking Vanitos. Was ist das hier? Oh, Vanitos, du Arschloch. Okay, Vanitos. Du willst wieder aufs Maul? Krieg's wieder aufs Maul. Bombi? Ku, hueh, you freak. Was... Vanitos? Der alte Mann will es einfach nicht lernen. Sie zitten, ja? Do vet du. ich Was ist das denn, wenn du dich traust? 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 Nein, nein! Fuck, da wollte ich zu viel. Mann! Was ist das denn, wenn du dich traust? Was ist das denn, wenn du dich traust? Das war's für heute. 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 Tara... Ben... Ben... One more... You just got... Das war's für heute. Here... One... was... I'm... ... One... 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 ... 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